Na, was sagt ihr zu meiner Mütze? Die Bischofsmütze, ist die nicht cool? Mehr von der Bischofsmütze? Abonnieren HossaHossaTV. Da sind sie zu Hause. Guten Abend, gute Nacht. Und dann fällt die Bischofsmütze irgendwann in den Bach. HossaHossaTV, so heißt der Sender, den Sie einschalten bei YouTube. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren.